wenn das wirklich zählt dann ist das echte scheiß rennen erst so ein mist und dann doch komplett rennen für ein arsch rechtes gewertet wird also zum kotzen so Ja, das ist gut. ärgerlich ärgerlich letzte runde jetzt dafür geile ich noch eine runde fahren müssen und dazu ich habe keine ahnung da's pole you just